Bonjour, mein Name ist Sven Emrich, ich bin dein Bewerbungscoach hier auf Video und natürlich individuell und persönlich über Skype. In diesem Video kriegst du den ultimativen Leitfaden für dein perfektes Bewerbungsfoto. Ich zeige dir, wie das perfekte Format aussieht, deine Position auf dem Bild zu wählen ist, ob du lieber ein Schwarz-Weiß-Foto oder eins in Farbe nimmst, ob du die Haare offen oder als Zopf nach hinten gebunden trägst und so weiter und so weiter. Auf diesem Kanal poste ich täglich Coaching-Videos und die drehen sich immer um dein Berufsleben oder um dein Privatleben, um dich noch erfolgreicher und noch glücklicher zu machen. Aber jetzt geht's erstmal los. Stell dir vor, du siehst das erste Mal den neuen Freund deiner besten Freundin auf dem Foto. Welche Fragen schießen dir augenblicklich durch den Kopf? Wirkt er sympathisch? Ist er hübsch? Strahlt er Männlichkeit aus? Passt er zu ihr? Und natürlich will ich ihn kennenlernen. Ein Personaler stellt sich beim Betrachten deines Bewerbungsfotos sehr, sehr ähnliche Fragen. Wirkt die Person sympathisch? Hat sie ein gepflegtes Äußeres? Strahlt sie die nötige Autorität aus, die vielleicht für eine Führungsrolle gefragt ist? Passt das Auftreten zur Position? Und sollte ich sie am Ende dann wirklich zum Vorstellungsgespräch einladen? Weil diese Fragen so wichtig sind, solltest du dir gut überlegen, welches Bewerbungsfoto du verwendest. Vielleicht hast du noch ein altes Bewerbungsfoto von der letzten Bewerbung irgendwo rumliegen. Dann fragst du dich möglicherweise, sollte ich das noch verwenden? Die Regel dafür lautet, nutze das alte Bewerbungsfoto nur, wenn es dich noch angemessen wiedergibt. Wenn du dich also bei der letzten Bewerbung auf eine Fachposition beworben hast und es jetzt um eine Führungsstelle geht, dann ist das Bewerbungsfoto wahrscheinlich nicht mehr angemessen. Bei einer Fachposition musst du wahrscheinlich eher Zugänglichkeit deutlich machen und bei der Führungsposition eher Durchsetzungsvermögen. Bei dem Foto für die Fachposition hast du also zum Beispiel nett gelächelt, aber nett lächeln ist für die Führungsposition nicht wichtig. Entscheide also kritisch, ob das Bewerbungsfoto noch passt. Außerdem gilt, ohne professionellen Fotografen geht gar nichts. Ich höre immer wieder, dass Bewerber sagen, ich bin so unfotogen und ich wirke einfach auf Fotos nicht, aber das ist Blödsinn. Vieles hängt vom Fotografen ab. Deswegen wähle einen Fotografen, bei dem du dich wirklich wohlfühlst, weil die Chemie stimmt. Nur so ein Fotograf wird in der Lage sein, wirklich das Maximum aufs Tür rauszuholen, sodass du dich am Ende kaum wiedererkennst und sagst, wow, das bin ich auf dem Foto? Cool. Damit alles glatt läuft, plane genügend Zeit für die Vorbereitung ein. True Story, ich hatte eine Bewerberin, die hat sich nicht genug Zeit eingeplant für die Vorbereitung und kam mit hochrotem Kopf völlig abgehetzt beim Bewerbungsfotoshooting an. Damit nicht genug, es war auch noch Frühjahr und sie hatte unglücklicherweise eine Allergie gegen Birkenpollen. Ihre Augen waren also völlig zugequollen und das Foto sah am Ende fürchterlich aus. Leider wollte sie nicht wirklich einsehen, dass das vielleicht auch irgendwie an ihr lag. Um solche Unstimmigkeiten zu vermeiden, kläre also unbedingt vorher, was für dich wichtig ist und was du vorbereiten musst, damit es am Ende klappt. Außerdem plane dir genügend Zeit für das Fotoshooting ein. Vielleicht willst du zwei unterschiedliche Outfits ausprobieren, dann plane dir genug Zeit ein, dass du auch einen kurzen Outfit wechsel zwischendurch durchführen kannst. Und nicht jeder Fotograf ist begeistert, wenn du dann völlig abgehetzt durch die unterschiedlichen Shots gehst. Sprich also vorher mit dem Fotostudio ab, was du dir vorstellst, damit die unterschiedlichen Erwartungen geklärt werden können. Manche Bewerber bekommen außerdem einen Zuschuss vom Jobcenter. Wenn du also noch Arbeitslosengeld bekommst oder vielleicht einen Zuschuss vom Jobcenter erwarten könntest, dann kläre mit deinem Sachbearbeiter oder deiner Sachbearbeiterin, was in deinem Fall der Zuschuss wäre. Solltest du außerdem vorher noch zum Friseur gehen? Prinzipiell natürlich ja. Aber kennst du das? Du kommst gerade frisch vom Friseur und deine Haare fühlen sich noch an wie so ein Hut. Das wirkt noch nicht so ganz, als wärst du das selber. Und wahrscheinlich fühlst du dich dann beim Bewerbungsfotoshooting auch nicht so richtig wohl. Also warte am besten ein oder zwei Tage, nachdem du beim Friseur warst und mach dann erst den Termin fürs Fotoshooting, damit du dich da auch richtig wohlfühlst. Die erste Grundregel für ein perfektes Bewerbungsfoto ist, es dreht sich alles um deine Augen. Ich verlinke hier nochmal ein Video unten in der Beschreibung von Peter Hurley. Und Peter Hurley ist People-Fotograf. Ein People-Fotograf unterscheidet sich von anderen Fotografen darin, dass er nicht Landschaften aufnimmt, sondern Menschen. Und bei Fotos von Menschen gibt es einige ganz bestimmte Dinge zu beachten. Nämlich zum Beispiel, wie selbstbewusst oder schreckhaft wirkt jemand auf dem Foto. Wir lieben es, wenn jemand selbstbewusst auf einem Bild wirkt. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Trick, der sich um deine Augen dreht. Peter nennt das Squinchin. Squinchin entsteht, wenn du deine Augen leicht zumachst, so als würdest du in die Sonne blinzeln. Nicht übertrieben, aber die Augen so leicht zu schließen, wirkt automatisch deutlich selbstbewusster. Das komplette Gegenteil ist, wenn du die Augen aufreißt wie ein Reh im Scheinwerferlicht und völlig erschreckt wirkst. Wir denken immer, das ist völlig absurd und das macht doch keiner. Aber sobald wir eine Kamera auf uns gerichtet sehen, erschrecken wir manchmal doch und denken, wir müssen ganz, ganz herzlich in die Kamera starren. Ein zweiter wichtiger Punkt, auf den Peter in einem anderen Video, was ich auch unten verlinke, hinweist, ist die Kinnlinie. Die Kinnlinie ist deshalb so wichtig, weil die Kinnlinie entsteht durch hohe Testosteronwerte. Warum sind hohe Testosteronwerte wichtig? Weil sie gleichgesetzt werden mit Durchsetzungsvermögen. Und gerade für Führungspositionen ist das entscheidend. Um also eine gute Kinnlinie zu präsentieren, hilft es nicht, wenn du auf dem Foto stehst und das Kinn nach hinten ziehst. Was du stattdessen tun solltest, ist das Kinn leicht nach vorne zu schieben, was auf dem Foto keiner sieht, auch wenn es sich in echt albern anfühlt. Um zu erfahren, wie genau das funktioniert, schau dir am besten die Videos von Peter Hurley nochmal an. Die haben mehrere Millionen Klicks und wahrscheinlich hat da vielen hunderttausend, wenn nicht Millionen Bewerbern dabei geholfen, ihre eigene Angst vor dem Bewerbungsfotoshooting zu überkommen und von sich selber nicht nur zu denken, oh, ich bin einfach unfotogen, ich lasse das mit dem Foto. Kommen wir zum allerersten Kriterium, dem Format. Das Format auf der linken Seite ist ein typisches Format, was beim Lebenslauf verwendet wird. Das Format auf der rechten Seite solltest du wählen, wenn du viel Platz hast auf einem Deckblatt zum Beispiel. Du siehst, hier ist eigentlich fast das gleiche Motiv gewählt, aber auf der linken Seite wirkt es ganz anders als auf der rechten Seite. Das nächste wichtige Kriterium, das du beachten solltest, ist deine Position auf dem Bild. Wo möchtest du das Bild am Ende verwenden? Mach dir davon vorher schon eine Vorstellung. Bei der oberen Version in diesem Beispiel wendet sich die Dame von ihren Daten ab. Es ist so, als würde sie sich selbst den Rücken zuwenden. Diese Version solltest du nur wählen, wenn du in der Mitte des Blattes eine imaginäre Achse zeichnen möchtest. Bei der unteren Variante wendet sie sich ihren Daten hingegen zu und wirkt damit viel offener und freundlicher. Vielleicht fragt dich der Fotograf nach deinem gewünschten Hintergrund. Gerade bei kleineren Fotostudios, die nicht unbedingt State of the Art sind, sehe ich dann gerne komische dunkle Vorhänge oder Farbverläufe, die irgendwo aus den 90ern noch sind und die das Fotostudio nie wirklich ausgetauscht hat. Um sowas zu verhindern, nimm einfach einen neutralen hellgrauen Hintergrund. Hellgrau deshalb, weil es weder zu hell noch zu dunkel wirkt und du, egal welche Farbe am Ende deine Bewerbung hat, immer irgendwie passend wirkst. Außerdem hebt sich höchstwahrscheinlich dein Outfit vom Hintergrund genug ab, sodass du nicht mit dem Hintergrund verschmilzt. Die nächste große Frage ist, wähle ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild oder ein Farbfoto? Schau dir dazu diese Gegenüberstellung mal an. Wir sehen hier ein und dasselbe Motiv, aber es wirkt völlig unterschiedlich. Auf der linken Seite haben wir ein klassisches Foto, was für eine Führungsposition geeignet ist. Das erkennt man daran, dass ganz klare Kontraste zu sehen sind. Hell, dunkel, so wie Schwarz-Weiß. Das drückt aus, ich habe keine Angst vor harten Entscheidungen und auch wenn es hart auf hart kommt, bin ich ein Leader, auf mich kann man sich verlassen. Das Bild auf der rechten Seite drückt hingegen viel mehr Zugänglichkeit aus durch die Pastelltöne und ist damit für Positionen, die nicht ganz so viel Autorität erfordern, viel passender. Gerade wenn du lange Haare trägst, fragst du dich vielleicht, soll ich die jetzt offen lassen oder als Zopf nach hinten binden? Schauen wir uns dazu dieses Beispiel hier mal an. Auch hier ist der Gesichtsausdruck nahezu identisch. Auf der linken Seite sind die Haare zurückgebunden, auf der rechten Seite offen. Wie wirkt das auf dich? Im Allgemeinen sollten ja Haare nach hinten gebunden sein, wenn es um Führungspositionen geht. Speziell wenn du dich auf Positionen im Service bewirbst oder mit direktem Kundenkontakt, kann auch die rechte Variante sehr, sehr günstig sein. Die Variante auf der rechten Seite drückt durch die offenen Haare eher aus. Ich unterhalte mich mit den Kunden oder mit den Kollegen auf Augenhöhe. Überlege also ganz einfach, was für deine angestrebte Position passend ist. Vielleicht sagst du jetzt so langsam, oh ich verliere langsam die Übersicht, aber es wäre schön, wenn ich das einfach mit zu meinem Fotografen nehmen könnte und ihnen zeigen könnte, was ich gerne möchte. Natürlich habe ich daran schon gedacht und habe dir den Leitfaden auch nochmal als PDF abgedruckt. Du findest ihn auf unserer Webseite gratis-bewerbungscoach.de unter den Bewerbungstipps. Nutz die YouTube-Karte und klick drauf, um direkt zum Leitfaden zu kommen. Ansonsten findest du die Verlinkung auch nochmal in der Beschreibung zum Video. Wie sieht es nun aus damit, wenn du den Mund geschlossen hältst oder vielleicht stattdessen freundlich lächelnd die Zähne zeigst? Was ist jetzt richtig? Schauen wir uns also mal die Variante auf der linken Seite an und die auf der rechten Seite. Auch hier haben wir fast dasselbe Bild mit wieder nur einem einzigen Kriterium verändert. Mund offen versus Mund geschlossen. Die Ausdrucksweise auf dem linken Bild drückt aus, ich kann mich durchsetzen. Die Variante auf der rechten Seite drückt viel eher Serviceorientierung aus und zeigt, ich bleibe auch freundlich, wenn es beim Kunden mal eine Reklamation gibt. Nicht jedes Element beim Bewerbungsfoto ist immer auch gleich mit einer bestimmten Bedeutung versehen. Manchmal geht es auch einfach nur um einen ästhetischen Aspekt, so wie bei dem hier. Der goldene Schnitt scheidet manchmal die Geister. Der goldene Schnitt wird dir vielleicht von deinem Fotostudio angeboten. Dabei handelt es sich darum, dass deine Haarkante oben abgeschnitten wird. Nicht wundern, das ist ein stilistisches Ausdrucksmittel. Das gefällt nicht jedem. Wähle einfach selber, ob das in deinem Fall in Frage kommt. Wir haben vorhin bereits über die Kinnlinie gesprochen und darüber, dass die Kinnlinie ein Ausdruck von Testosteron ist. Einen ähnlichen Effekt kannst du erreichen mit einer eckigen Brille. Schau dir zum Beispiel dieses Bild hier mal an. Auf der linken Seite haben wir nahezu den identischen Gesichtsausdruck wie auf der rechten Seite. Doch die Bilder wirken völlig unterschiedlich, da die Person auf der linken Seite eine Brille trägt und auf der rechten Seite nicht. Eckige Brillen wirken somit ähnlich wie die Kinnlinie. Runde Brillen mit einem runden Gesicht wirken damit weniger durchsetzungsstark als ein Bild bei jemandem mit Kinnlinie und einer eckigen Brille auf der Nase. Zuletzt hatte ich zum Beispiel ein Coaching mit einer jungen Assistenzärztin, die Ende 20 war, aber leider etwas jung aussah. Sie wurde ärgerlicherweise immer für die auszubildende Stationsschwester gehalten. Deswegen hat sie sich eine dicke, fette Ray-Ban-Brille mit schwarzem Rahmen angeschafft. Kommen wir zu der Frage, welches Outfit passend ist. Hierbei gilt grundsätzlich, je dunkler die Farben, umso maskuliner und umso konservativer die Branche. Je heller die Farben, umso zugänglicher wirkst du. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen. Das Bild auf der linken Seite ist also eher geeignet für konservative Branchen, während das Bild auf der rechten Seite eher für eine Bewerbung in einem Ingenieurbüro geeignet ist oder bei einem Architekten. So oder so gilt immer dezentes Make-up, dezenter Schmuck und kurze Fingernägel. Vielleicht bietet dir das Fotostudio eine abschließende Retusche an. Solltest du sie akzeptieren? Ja. Auch hier gilt wieder, weniger ist mehr, ausbessern kleiner Hautunreinheiten ist perfekt, verändern ganzer Gesichtszüge ist ein No-Go. Auch wenn uns das manchmal von der Modewelt anders vorgelebt wird. Zu guter Letzt hast du vielleicht langsam die Faxen dicke und denkst dir, Mann, dieses Bewerbungsfoto, das könnte ich auch ganz weglassen. Wie sieht es denn damit aus? Dann lass dir sagen, in Deutschland ist das Bewerbungsfoto quasi Pflicht. Es gibt viele Personaler, die vor allem auf das Bewerbungsfoto achten. Und die sagen, ich suche jemanden, der wirklich ins Team passt und der muss schon auf den ersten Eindruck sympathisch wirken. Während es also im Ausland, gerade im angelsächsischen Raum, das Gerücht gibt, die Bewerbung würde abgelehnt, wenn man einem Bewerbungsfoto beinlegt. Und was ein Gerücht bleibt und nicht wirklich den Tatsachen entspricht. Ich habe inzwischen schon viele Bewerbungen auch im angelsächsischen Raum mit Bewerbungsfoto vorbereitet. In Deutschland gilt aber, mit Bewerbungsfoto ist so ziemlich Pflicht. Abschließend sage ich nochmal, wenn du diesen Leitfaden als PDF-Variante haben möchtest und damit vielleicht einfach zum Fotostudio gehen willst, schau auf unserer Webseite vorbei, gratis-bewerbungscoach.de und dann bei den Bewerbungstipps in der Top-Navigation. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es so ist, dann Daumen hoch. Du kennst die Geschichte. Ich will dich damit nicht nerven, aber es ist super, super hilfreich. Vielen, vielen Dank dafür. Und außerdem habe ich eine Frage an dich. Was ist deine lustigste Geschichte zum Bewerbungsfoto? Findest du dich zum Beispiel total unfotogen und hast dann ein perfektes Foto von dir bekommen? Oder war es genau umgekehrt und du dachtest, ich sehe super aus und dann auf dem Foto hast du einen Schreck gekriegt? Schreib es in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Storys und lese sie natürlich auch alle. Wenn du im Bewerbungsprozess bist und denkst, oh, dieses Skype-Coaching, das könnte mir noch diesen entscheidenden kleinen Vorsprung verschaffen, dann schau in die Beschreibung oder hier in die YouTube-Karte. Gerne helfe ich dir persönlich. Das war es von mir für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin Sven Emmerich, dein Bewerbungscoach.